Grüß dich! Ja, ja. Töpfer mal mit, ich gehe mit der Verteidiger. Ähm, den Abendgegen... Der Booter Harry. Der Harald. Töpfer. Töpferleiter. Ja. Ich scheiß auch nicht mit dem. Harry Töpfer. Brrrr. Kalt. Wammelwerfer. So, Messer. Pistole nach unten. Ja, aber die normalen Schüsse... Ich hab fast keine normalen Schüsse mehr. Das ist... Puffel hat so geiler. Ja, die Albert heißt die. Albert. 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 Albert Schweizer. Alberti. Aha! Den haben wir sicher nicht gesehen. Nein, haben wir nicht. Komm ich da hin, bitte. Oh, warte. Erst haben wir müssen noch 14 mal den Osten gesehen. Fast, wenn wir 14. Wichtfett ein Stück. Fast der ist es gewesen. Von Flaxen mit Haxl. Wow. Wusch. Na Gott sei Dank gefragt, die noch einmal dort. Das war eigentlich lustig. Weil normalerweise... Da raus, da raus, rechts, 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 da raus. Normalerweise sagt er nämlich immer... Na, jetzt will ich den Spielstand laden oder speichern. Wollen Sie das wirklich? Warum fragt er mich immer? Und letztens hätte er auch das falsche geladen oder speichert oder so. Weil er noch so hektisch ist, wenn er so florisch ist. Ja eh, aber das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, dass er extra noch einmal fragt. Wollen Sie ihn wirklich speichern oder... Ja. ...diesel Spielstand überschreiben, was er gemacht hat. Und ich kann jetzt zurückgehen. Ich glaube, ich würde Kurdi holen. Kurdi. Ich habe gar nicht gespeichert. Siehst du jetzt, was du sagst? Nein. Was hast du dich wieder vergessen? Kurdi. 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 Du ja, ich will es nicht an sich machen. Ja, das tun wir nachher einfach aufsauen. Nachher, wir in einer Stunde, kurz." Kurdi. 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 Aber ich habe den Arm und den Kopf mit dir. Es ist aber gemeint, dass ich den Scheropp noch brauche. Es ist ja immer gemeint. Das ist schon mal aufgestellt. Das war jetzt auch mit einem Video. Das macht das nicht. Das macht das nicht. Das war vom Waffen der Alben. Das bricht sehr an zu den Kunstabschluss. Nein. Das sollte nicht passieren, oder? Du kommst aufs Schiff. Du musst da kommen, wenn nicht. Nein, aber nicht ganz. Nicht ganz auch. Die sind alle safe. Irgendwann kommt später noch eins. Was? Ein Böhmchen. In einem Schiff, glaube ich, explodiert noch eins. Nein, eins. Gibt es was nicht? Ist sicher was da drin im Garten. Käfig. Nichts. Kugel, kugel, kugel. Kugel, kugel, kugel. Kugels, kugels. Kugels, kugels. Nehmen Sie es noch mal mit? So, jetzt. Weck mich. Oh, mein Popsch. Aber ich glaube, ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Nodeltöte. Die töte, die töte, die töte. Nicht. Wir sind hier langsam. Die töte dich. Die töte dich. Nicht. Bitte, diese töte dich. Bitte töte dich. Das machen sie zu fleiß, die Bobschies. Wenn sie offen lassen wird, würde sie reinkommen sie nicht. Nicht immer. Manchmal kommen sie durch, manchmal nicht. Das ist unterschiedlich. Bei Safe Room ist nochmal safe, oder? Ja, ja. Da schon. Aber es gibt auch Räume, da kommen sie durch. Graut, heilgrau. Aber da würden sie nicht reinkommen. Auch wenn die Tür offen ist. Genau. Sie haben nicht genug. Weißt du was? Schiss mit Öl. Nein, das ist doch gleich. Ich bin eh vollgepumpt. Garnatten. Ah, ja. Selbstbauer. Schießkulver. Ja. Obwohl, ich sollte mir vielleicht jetzt keine starken Geschossen machen, weil ich brauche jetzt einige normale Schüsse. Ja. Ja. Willst du dann sehen gleich? Willst du dann sehen? Ja. 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 Ich lege das jetzt noch ab. Schießkulver auch. Und speichle nochmal ab. Es tut mir leid. Für den dauernden Plus-Screen da von Playstation. Boah. 4 Stunden. Eine Minute. Ja. Pech. Was ist so laut? Was ist so laut? Was ist so laut? Irgendwas Blast ist so laut. Was ist die Playstation? Die bläht sich so. Naja. Die bläht sich so. Naja. Die bläht sich so. Naja. Die bläht sich so. Die bläht sich so. Naja. Die bläht sich so. Die bläht sich so laut. 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 Das ist so laut. Das ist so laut. Das ist so laut. Na mach das mal. Genau. Zeig den Bobstern. Na geht doch nicht die Karte. Sieht ja. Der lässt sich hier alles. Der kann bei dir. Schau. So wie jetzt? Wir haben Zeit. Und jetzt kommt ein leichter Bekannter gleich wieder. Der Joe. Jack. Genau. Immer zu den Länden zurücknehmen. Ganz klar. Ja besser wie so und dann... Nein. Nein aber... Das ist der Vater von mir aus seiner Freude. Hat die gewusst, dass er einen anderen Zombie als Vater hat? Wenn wir das Serum hergestellt haben... Nein von der Soh ist der Vater. Aber obwohl... Der Arsch weg. Der Arsch und der Hose bei mir. Na ja. Das macht er immer. Geht so. Lustig ist dann wenn er... Wenn wir wieder schlafen. So. Und dann kommt er zum Party. Du hoffst auf dem... Nachtisch rauf. Und streckt ihn dann in Bobsch ins Gesicht. So jetzt geht's weiter. Der Tag aber. Den Nebenden fliegt. Ich glaube ich würde gleich einfach einen Granatenberg rein schießen. Dann hat sich Gerd nochmal gewohnt. Wir hauen mich ruhig. Ich hab's genug geben. Oh er hat das überlebt. Das ist ja. 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 Ja ja. Na komm. Oh ich würde sagen. Ja. Du hast ja immer eine... Du hast ja immer irgendein Posten, als auf die Augen schießt. Ja. Oder irgendeine Bräche. Kann ich irgendwas wegsehen oder... Ich weiß was. Das ist perfekt für den... soja Hubschie Aber ich will nur die Munition ein bisschen aufsparen Für welche? Na für den Schluss, dann macht es einfach nur leichter wenn man schießt So kleine Arten Ich kann es Kias und schießen mit der starken Munition Ja Ich wollte es auch zurück zu mir Er schlägt es gleich War er denn noch laut? Ja er kommt da Vor mir hast du den wieder auf die Normal Schauen wir mal Wow, da fällt weh dann Das ist der Jack Ja Ja. Da warten wir die Füße, oder? Ja, da sind wir hier. Ja, ist rausgewachsen. So ist nicht wieder die normale. Die schwarzen Monster sind ja auch. Die sind ja auch nicht näschlich. Hast du irgendwo einen? Hey, was ist, Jake? Geht's ja nicht. Ich muss mir sagen. Hast du bestanden, Bruder? Das ist an der Rechtsseite vor allem. Schau. Lecker weg, mein Volltag. Ah, langes Leckerleck. Jetzt war er nicht wieder. Wo ist denn da wirklich der Sitz? Das ist der Dings. Links, links und Achsenfurt. Nein, ich muss da... Sie sind im rechten Arm vorne. Geografisch sehen. Nein, da habe ich rausgeschaut. Der rechte Arm. Der rechte Arm. Der da. Da ist er. Jetzt sind wir unter Wasser. Und das ist wieder eine... Verschwendung. Hier ist er. Hier ist er. Aber einmal noch. Ja. Ich muss aber noch was haben. Da hat er vorne bei der Brust noch eins. Nein, da unten, glaube ich, noch eins. Ja, genau. Bei der Brust. Ja, da. Ah, da. Ah, ja. Jetzt. Das, was früher... Ja, ja. Das ist ein... Spazier, oder? Das ist ein... Spazier. Eigentlich. Das ist ein bisschen böse, ja? Ah, fertig. Das war's. Hab ich gekriegt, oder was? Jetzt war's. Jetzt war's. Jetzt komm ich nicht zu der Kiste hin. Das war's. Die? Wo? Welche Kiste? Ja. Ethan, hier lang! Wie getan? Du bist da! Schau das an! Manchmal. Ich bin schon mal wieder. Du? Du willst, dass ich ihn heile?! Du? Das war's für dich, Brudeln. Es ist Glück. Ich. Ich war's. Deswegen will ich nicht weg. Wir haben mitgezählt und ich würd noch gern noch mal nicht rein gehen. Ich will ja nicht, ich will noch zurück einmal, hallo, tschüss. Ja, sie brauchen für seine Freunde, die brauchen sie auch noch nicht. Aber ich hab nicht so viel verschossen eigentlich, ich war relativ... Pistole, ja, gut, aber da brauch ich, dann mach ich mal mit dem Schwarz-Bullo wieder neue, schwere Munition und fertig. Es ist nur noch eins übrig. Es kann doch nicht nur alles übrig sein. Das machen wir jetzt. Natürlich ist er sicher nicht. Es wird entscheiden, wer geheilt wird? Ja. Wenn sie so ihr Herz, ihr Schlechte endet, dann ist die näher, das ist das Gute endet. Ach so. Geht schon, ihr Weiden! Was ist beim Schlechten endet? Da überlebt sie mir nicht. Was ist? Nur mir überlebt, nicht dann. Ja. Ja. Und die vertragt auch das Mittel nicht, aber ich hab's selber noch nicht gespielt. Ja. Ja. Oder? Ähh. Irgendwas passiert, ich kann mich nicht mehr mehr so viel nachdenken. Okay. Den Heinz, glaub ich, im Hubschrauber dann. Mhm. Wir im ersten Teil machen so etwas, wie man nehmen sie es. Ja. Vielleicht wär's. Mhm. Und da hab ich halt schon geglaubt, weil ich mir zugeschaut hab, dass es schon aus ist. Ja, ich hab's auch immer zuerst gedacht, da ist er schon durchgespielt, jetzt fahren wir nämlich weg und die Sache ist erledigt. Also flourish, sich mit ihr nun無